Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich probiere jetzt mal wieder was anderes aus. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass jetzt zuerst das Intro lief und ich jetzt direkt anfange zu sprechen, weil ich immer finde, dass diese paar Sekunden, die man davor sagt, was man in dem Video eigentlich macht, total unnötig sind, weil ihr könnt ja lesen und ihr wisst auch ganz genau, was im Titel steht und was jetzt kommt. Deswegen würde ich sagen, ohne lange Vorrede legen wir gleich los mit meinen Neuzugängen für Januar 2021. Also ich hoffe, diesmal stimmt auch alles mit dem Ton. Ich weiß, im letzten Video hat es irgendwie nicht ganz so gut geklappt. Das liegt irgendwie an dem neuen Handy, das ich jetzt habe, das irgendwie überhaupt nicht funktioniert mit meinem Mikrofon, obwohl ich hier ein wunderschönes kleines Mikrofon an habe. Die Hoffnung besteht, dass jetzt einfach alles funktioniert und wenn nicht, muss ich irgendwie versuchen, diese Tonspur zu bearbeiten. Aber das ist nur so ein Funfact am Rande. Zuallererst möchte ich aber noch kurz sagen, dass ich bereits ein Video gedreht habe zum Wanderpaket. Das habe ich mit einigen anderen Booktuberinnen gemacht und da habe ich auch im Zuge dessen relativ viele Bücher bekommen. Aber das Video habe ich jetzt separat gemacht. Ich werde euch das einfach unter dem I hier oben, ich glaube, es ist hier in der Ecke, verlinken und dann könnt ihr euch anschauen, was da alles noch in dem Paket war. Das sind natürlich auch alles Neuzugänge, obwohl ich teilweise diese Bücher eben auch weiter verschenke oder einfach in so ein Tauschregal oder so reintun werde. Also die werden nicht alle hierbleiben, aber schon einige. Genau. Und abgesehen mal davon habe ich mir natürlich auch Bücher gekauft. Wie sollte es auch anders sein? Jeden Monat ziehen hier Bücher ein. Da muss ich mir gar keine Vorstellungen machen, dass es irgendwie anders wäre. Als allererstes habe ich hier neben mir liegen ein Buch von Deborah Harkness und zwar heißt es Das Buch der Nacht. Und das ist ein Teil in der Reihe The Discovery of the Witches. Ich glaube, so heißt ungefähr die Reihenbezeichnung. Und das ist hier quasi nur zur Vervollständigung. Der erste Teil heißt, glaube ich, oh, ich müsste lügen. Ich glaube, es ist Die Seelen bei Nacht. Zumindest, wenn ich jetzt so hinschmue hier, da wo das steht, dürfte es der sein. Ich habe die Reihe noch nicht gelesen, aber sehr, 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 sehr viel Gutes drüber gehört und habe gedacht, hey, die klingt auf jeden Fall nach irgendwas, was mir gefällt. Wir haben ein Urban Fantasy Setting, wir haben ein bisschen Liebesgeschichte, wir haben viel Historisches, wir haben eine Abenteuergeschichte anscheinend und die Kombination aus Vampiren und Hexen. Und ich liebe diese beiden Spezies und bin deswegen sehr, sehr gespannt, wie mir dieses Buch hier auch gefallen wird. Wie gesagt, es müsste jetzt ungefähr der dritte Teil in dieser Reihe sein. Ich kann dazu inhaltlich noch nichts sagen, aber wenn der vierte bei mir eingezogen ist, bin ich mir sehr sicher, dass ich das auch zeitnah lesen werde. Ich habe in dem Fall eben nur gewartet, bis alle Teile im Taschenbuchformat da sind, weil ich mich geweigert habe, 22 Euro für die Hardcover auszugeben. Und die kosten jetzt eben nur so 12, glaube ich, nicht mal 10 Euro. Das finde ich absolut in Ordnung und genau. Deswegen ist es jetzt auch in diesem Monat bei mir eingezogen. Dann haben wir ein Buch von Anne Freitag und zwar aus schwarzem Wasser. Ich habe es noch nicht gelesen, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, es sofort zu lesen, wenn es hier ankommt. Ich habe es erst gebraucht gekauft, aber hatte dann das Gefühl, das ist in so schlechtem Zustand und dafür, dass ich dann noch fast 10 Euro dafür gezahlt habe. Bei einem Vollpreis von 13 Euro habe ich es wieder zurückgeschickt und mir dann gesagt, gut, komm, jetzt kauf dir einfach die Originalausgabe, also ungebraucht und habe es dann bei meinem Buchhändler vor Ort auch bestellt. Ich weiß nicht, ob ich es diesen Monat noch schaffe, denn wenn ich dieses Video hier abdrehe, ist gerade bei der 26. Aber ich werde diesen Monat definitiv keine Bücher mehr kaufen. Also es besteht noch Hoffnung, dass es diesen Monat gelesen wird und ich habe da auch Lust drauf, aber garantieren kann ich es euch nicht. Deswegen auch hier zum Inhalt kann ich relativ wenig sagen. Ich weiß, es geht um die Tochter einer irgendwie Regierungsbeamten, auf jeden Fall eine, die im Innenministerium arbeitet und die beiden haben einen Unfall, bei dem ihre Mutter auch stirbt und das Einzige, was sie ihr, glaube ich, noch sagt, kurz bevor sie halt dann tot ist, ist, du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin. Das ist das, was auch auf dem Klappentext steht. Mehr weiß ich nicht, was dahinter steckt, weiß ich auch nicht, aber ich fand es ganz gut abzuwarten, was andere YouTuberinnen dazu gesagt haben, denn anscheinend hat der Plottwist irgendeine übernatürliche Erklärung. Also man kann nicht sagen, es ist ein reiner Thriller, obwohl das hier so draufsteht, sondern es ist wahrscheinlich auch irgendwie mit einem Fantasy-Aspekt verwoben, was ich persönlich sehr interessant finde und für mich ein Thriller eigentlich nochmal ein bisschen schmackhafter macht, aber ich kann auch verstehen, dass Leute, die vielleicht nur Thriller lesen und gar keinen Fantasy mögen, halt eher enttäuscht sind über diesen Plottwist. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn finden werde, aber vielleicht finde ich es diesen Monat ja noch raus. Dann habe ich einen gelesenen Thriller und zwar von John Mars, den habe ich ja im letzten Jahr auch relativ viel gehypt, also privat für mich und ich glaube auch so ein bisschen auf diesem Kanal und zwar habe ich mir gekauft, wenn Schweigen tötet, so sieht das Buch aus. Es kam auch erst diesen Monat raus, ich musste es sofort haben, habe es auch sofort gelesen, finde es richtig, richtig toll, aber um das Video mal ein bisschen kurz zu halten, dachte ich mir, ich verschiebe die Besprechung hier und auch die Inhaltseingabe dann auf meinen Lesemonat. Der wird ja auch sowieso in ein paar Tagen wahrscheinlich kommen, je nachdem, wann dieses Video online geht. Aber genau, dann werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich bin nach wie vor ein großer John Mars Fan. Dann habe ich wieder ein ungelesenes Buch und zwar von Celia Rees, Der geheime Code der Frauen. So sieht das Schätzchen aus und ich hatte am Anfang gar keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Mir war es auch schnutzpiepegal, weil ich bei der Frau eine reine Autorenkäuferin bin. Also hier ging es mal auch nicht um das Cover, weil das Cover ist zwar ganz hübsch, aber jetzt auch nicht wahnsinnig umwerfend. Doch die Frau ist für mich ein Garant dafür, dass ich mir zu 99,99% sicher sein kann, dass ich die Bücher lieben werde. Ich finde, sie hat einen ganz tollen Schreibstil. Sie ist auch jemand, der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und auch wenn ich weiß, dass sie vielleicht nicht das ideenreichste und das originellste und das aller, aller neuste schreibt, mag ich sie auf irgendeiner Ebene, die ich nicht so wirklich erklären kann. Und deswegen kaufe ich mir alle ihre Bücher unbesehen und bin aus allen Wolken gefallen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass dieses Buch erschienen ist und zwar schon einige Monate und habe mir gedacht, okay, das gibt es nicht. Ich muss es jetzt sofort bestellen und dann habe ich es per Click und Collect bei meiner Buchhandlung vor Ort auch dann direkt am nächsten Tag gekriegt. Gelesen ist es noch nicht, aber das wird diesen Monat noch 100% gelesen. Also wie gesagt, das sind ja noch ein paar Tage hin und das hat für mich jetzt Priorität. Hier geht es um eine Agentin, also eine Geheimagentin, eine Spionin im Jahr 1946, die in Deutschland agiert und für den britischen Geheimdienst arbeitet. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Sie hat irgendwie eine heikle Aufgabe, die sie erledigen soll und zwar betrifft diese Aufgabe den Arzt Kurt von Stavinov. Ja, und da geht es auch, glaube ich, so ein bisschen in so russische Intrigen rein. Also es ist halt, wie gesagt, so ein Agenten, historischer Agenten-Roman, aber mir ist ehrlich gesagt auch egal, um was es geht. Es klingt aber auch ganz cool. Also so ein bisschen Krimi, aber nicht so arg Krimi, weil ganz reinen Krimi mag ich irgendwie auch nicht und ja, ich brauche gar nicht drum rumreden. Ich freue mich drauf, es zu lesen und es ist ein Schätzchen diesen Monat gewesen. Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit einem Buch, das ich diesen Monat gekauft und auch gelesen habe. Und zwar habe ich ein Bodyread mit der lieben Johanna von Leserausch gemacht und habe dann die Knochendiebin von Margaret Owen gelesen. Und dann fand ich den ersten Teil so unfassbar gut, dass ich gesagt habe, ich muss sofort den zweiten haben und habe mir dann Krähenzauber zugelegt. Wie sollte es anders sein? Ich habe es auch sofort gelesen. Der erste Teil ist vor einigen Jahren bei mir eingezogen und es ist eins dieser Bücher oder eine dieser Geschichten, wo ich es echt rückblickend so bereue, es jahrelang nicht angefasst zu haben, weil für mich ist jetzt klar, das ist für mich schon ein Jahreshighlight. Seit einer Woche geht mir die Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Seit einer Woche muss ich immer wieder an stur die Protagonistin denken, wenn ich das Krächste von Krähen höre. Und ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz tolle High-Fantasy-Geschichte, die wirklich fast keine Liebesaspekte hat. Also es gibt eine kleine Liebesstory oder eine kleine Liebes-Storyline, aber die ist so dezent, dass sie fast nicht wichtig ist und auch fast nicht so oft auftaucht. Wir haben in der Geschichte, also im ersten Teil stur, die eine Krähe ist. Und zwar in dieser Welt sind die Menschen in Kasten unterteilt. Also die Krähenkaste, die Phönixkaste, die sind zum Beispiel die höchsten und die Krähen sind irgendwie halt die niedrigsten und die auch am wenigsten Privilegien haben. Und dann gibt es noch die Pirole zum Beispiel oder die Eulen, die haben alle verschiedene Geburtsrechte. Das heißt irgendwas, was sie besonders macht und was auch ihre magische Kraft entspricht. Also Phönixe können zum Beispiel das Feuer kontrollieren und auch Feuer herbeirufen. Eulen können Wissen speichern, aber auch Erinnerungen abrufen und haben fast schon so etwas wie ein Inselgedächtnis. Also etwas, dass sie halt, dass sie alle Sachen, die sie im Leben erleben oder gehört oder gelesen haben, niemals vergessen. Und Krähen sind halt wirklich diejenigen, die eigentlich, eigentlich kein Geburtsrecht haben. Und die ziehen so von Ort zu Ort und sammeln die Toten ein. Denn es gibt dort eine Seuche, die ausgebrochen ist. Und die steckt auch immer weiter die Dörfer dort an. Und die Krähen sind die einzigen, die immun gegen diese Seuche sind. Und deswegen transportieren die immer die Toten ab und verbrennen sie. Und wenn es nicht passiert, dann fällt meistens das ganze Dorf auch dieser Seuche zum Opfer. Aber man muss die komplett, also alle Menschen töten. Und das ist eben auch ein Teil der Aufgabe der Krähen. Sie töten dann diese Menschen, also sie erteilen ihnen Barmherzigkeit, so nennt sich das. Und dann schleifen sie die Leiche halt raus oder auf eine Karren dann raus und dann verbrennen sie sie eben. Und genau deswegen, weil die halt die schmutzigen Aufgaben machen, werden die sehr verachtet. Doch eines Tages steigt schwarzer Rauch auf. Das ist immer das Zeichen der Krähen, dass sie jetzt in der Stadt gehen müssen, weil es da Tote gibt. Und zwar in der Hauptstadt. Und angeblich soll der Prinz gestorben sein und die Krähen gehen dorthin. Und zwar mit Stur. Stur ist unsere Protagonistin und ihre Gruppe sieht halt dieses Zeichen und darauf reagieren sie. Und als sie dann im Palast sind, holen sie die ab, verbrennen die und so weiter. Und dann kommt es dazu, dass diese Leichen plötzlich wach werden. Denn ihr Vater, der so der, ja, das Oberhaupt ihrer Rotte ist, also ihre Gemeinschaft, der kleinen herumziehenden Gemeinschaft, hat mit dem Prinzen einen Pakt geschlossen. Und zwar sie, also ja, unbescholten irgendwie aus dem Palast heraus zu begleiten und gleichzeitig anscheinend zu erwecken, dass sie eben tot sind. Denn die Königin Roshana trachtet den Prinzen nach dem Leben. Sie ist auch nicht die Mutter von ihm, sondern sie ist die Stiefmutter. Also der König hat nochmal geheiratet, nachdem die eigentliche Königin gestorben ist. Ob das so Kuschawa oder so, das müsst ihr dann alles selber lesen. Und dann beginnt eben die Reise, weil Stur mit dem Prinzen einen Handel abschließt. Und zwar sagt sie, wir begleiten euch bis zu der Festung einer Großgeneralin, die wahrscheinlich eher dem Prinzen zugehörig ist und ihm halt hilft, gegen die Königin zu integrieren, nicht integrieren, sondern integrieren, also gegen die Königin zu arbeiten. Wow, jetzt kann ich mal mehr Deutsch. Also gegen die Königin zu arbeiten und im Gegenzug dafür hilft er den Krähen, sobald er auf dem Thron sitzt, mehr Gerechtigkeit zu erfahren, weil die Krähen werden wirklich gejagt. Die sind richtig arme Schweine, die werden abgemetzelt und das kann, also es passiert nichts. Die werden nicht strafrechtlich für irgendwas verfolgt. Das ist der Handel und ob sie diese Aufgabe bewältigen können, ob sie dann bei dieser Großgeneralin ankommen, Heil ankommen natürlich oder nicht. Darum geht es dann vor allem im ersten Band. Im zweiten nimmt es noch größere Ausmaße an. Ich liebe alles an der Geschichte. Ich liebe es, dass sie mich am Anfang irritiert hat und dass sie dann später sich immer, mir immer mehr erschlossen hat. Dass ich also irgendwie am Anfang so ein bisschen abgestoßen war und distanziert und dachte, was soll das? Ist ja alles voll komisch. Und dann gemerkt habe rückblickend, wie blind ich war und wie gut eigentlich die Erklärung für all die Fragen waren, die ich am Anfang hatte. Und ich will es schon wieder nicht zu arg ausschweifen, deswegen habe ich auch eigentlich gelassen, über das John-Mars-Buch zu sprechen. Ich finde es großartig. Ich finde die Geschichte einfach nur großartig. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein für eine Dialogie. Sie hat wahnsinnig interessante und tolle Charaktere und ich kann nicht sagen, warum, aber mich hat die Geschichte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ja, im richtigen Mut getroffen. Ich finde es einfach nur göttlich und ich finde es auch toll, dass ich schon ein Jahresheilheit in meinem Lesemonat 2021 vorstellen kann. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ja, aber ich würde mal sagen, jetzt machen wir erstmal weiter und nicht mehr so viel gelabert. Als nächstes habe ich mir einen Trilogie-Abschluss gekauft und zwar von Amy Tintara, die Legende der vier Königreiche besiegelt. Das ist der Abschlussband der Trilogie, die Legende der vier Königreiche. Die ersten beiden Teile habe ich vor gut drei, vier, fünf Jahren gelesen. Es ist eine ganze Weile her. Ich weiß nur, dass ich extrem begeistert war und mir auch nicht so richtig erklären kann, warum ich die Reihe nicht beendet habe, weil ich Teil 1 und Teil 2 total weggesuchtet habe. Und jetzt habe ich das die ganze Zeit im Regal stehen sehen und dachte mir so, komm, jetzt kauf mal das Ende der Trilogie. Dann werde ich vielleicht in den nächsten Monaten die ersten beiden Teile rereaden und dann mit dem dritten Teil enden. Grob gesagt geht es hier um eine Protagonistin, die eigentlich eine Prinzessin ist und aus ihrem Land vertrieben wurde, in das Nachbarland. Ich glaube, ihre Eltern wurden auch getötet und ihre Schwester wurde auf jeden Fall entführt. Und sie hat dann die Idee, dass sie sich quasi als Spionin in dieses Reich einschleust und vor allem an den Königshof einschleust und den Prinzen dort tötet und ihre Schwester halt befreit. Das ist so das Ziel von ihr ganz grob. Wir haben eine High-Fantasy-Geschichte. Wir haben auch ein bisschen Liebesaspekt, aber ich finde, es ist nicht so extrem. Es hat viel Intrigen am Königshof. Es hat auch ein bisschen Abenteuer und wirklich eine sehr, sehr schöne Welt, die ich auch damals gerne entdeckt habe. Wie gesagt, so im Detail kann ich es nicht wiedergeben, aber darum ging es ungefähr. Und wenn ich es rereadet habe und es dann auch mit dem dritten Teil beendet habe, werdet ihr bestimmt in irgendeinem der Lesemonate in diesem Jahr noch mehr davon hören. Dann habe ich wieder random einfach ein Buch gekauft, was Teil einer Reihe ist, was ich zwar wusste, aber wo ich dachte, ich kann mir die anderen ja irgendwie dann dazukaufen und das gab es gerade bei Avel irgendwie so gebraucht für ein paar Euro. Und dann dachte ich, gut, nimmst du halt mit. Und zwar, ich weiß nicht, welcher Teil der Nachtssonne-Trilogie, aber irgendein Teil der Nachtssonne-Trilogie. Im Zeichen der Zukunft heißt er und ist geschrieben von Laura Newman. Wenn ihr noch Susi Delmar kennt, also das ist eine Booktuberin, die, glaube ich, letztes Jahr aufgehört hat mit Booktube, dann wird euch dieses Buch auch was sagen, denn die hat es ultra in den Himmel gelobt. Es ist eine Science-Fiction-Dystopie, die sie sehr, sehr toll fand und die sie auch so oft erwähnt hat, dass ich dachte, hey, dem Buch der Reihe will ich mal eine Chance geben. Ich habe auch noch nichts von Laura Newman gelesen. Das ist eine deutsche Autorin. Übenrichtigen Namen kenne ich nicht, aber ich weiß, sie hat auch einen YouTube-Account. Keine Ahnung, wie der Name ist. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist hier, ja, keine Ahnung, welcher Teil. Und die anderen Teile will ich mir auch noch zulegen. Ich hatte mir eigentlich die anderen Teile auch bestellt, nur kamen die dann in den falschen Covern. Und dann habe ich die wieder zurückgeschickt, weil ich dachte, nee, also die waren sich nicht mal irgendwie ähnlich. Und dann sieht es komisch aus, wenn dann irgendwie Teil 1 und Teil 2 ein anderes Cover hatten als Teil 3. Deswegen wird dann noch irgendwie die Vervollständigung dieser Reihe irgendwann in den nächsten Monaten bei mir einziehen. Aber das Buch habe ich auf jeden Fall schon mal da und da freue ich mich auch drauf. Dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen und zwar ganz unerwartet von einer Freundin. Bei der wäre ich in diesem Monat, habe sie besucht und die hat gemeint, hey, meine Mutter hat mir ein Buch geschenkt und ich habe null Komma gar kein Interesse, das zu lesen. Hast du denn vielleicht Lust? Und dann habe ich mir mal durchgelesen und dachte mir so, ha, vielleicht nicht schlecht. Wir haben einen Vampir-Thriller und zwar Judas' Töchter von Markus Heitz. So sieht das ganze Buch aus. Ich habe von Markus Heitz schon einiges gelesen, unter anderem auch die Doors-Reihe. Das ist eine sechsteilige Reihe, die auch eher so im Horror-Thriller-Bereich spielt. Die ist sehr, sehr cool und auch ein bisschen interaktiv. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hier ist ein reiner Roman und ich glaube auch eher so ein bisschen in die Horror-Richtung und auch in die Swiller-Richtung und wir haben eben auch noch übernatürliche Aspekte und ich kann euch nicht sagen, um was es geht. Deswegen lese ich euch mal den Klappentext vor. Die Vampirin Sia ist das letzte der todbringenden Judas' Kinder und zu allem bereit, um zu verhindern, dass der Fluch an Emma und Elena ihre einzigen Nachfahren weitergegeben wird. Als die beiden entführt werden, beginnt für Sia daher ein mörderischer Wettlauf mit der Zeit. Denn gelingt es ihr nicht, die unschuldige Frau und ihr Kind zu retten. Könnten sie zu Töchtern des Judas werden und dann muss sie ja die beiden töten. Klingt voll gut und ich finde es auch toll, dass es ein Einzelband ist. Dann habe ich noch eine weitere Reihenfortsetzung gekauft. Ich glaube, das war so der Mut diesen Monat. Ich wollte irgendwie ein paar Sachen so aufstocken und irgendwie weiterlesen können. Und zwar von Marie Rutkowski, Spiel der Liebe. Das ist, glaube ich, der dritte oder der zweite Teil dieser Reihe. Ich habe den ersten Mal nicht auch mal gelesen. Ich kann mich aber bei Gott nicht mehr richtig daran erinnern. Der erste heißt auf jeden Fall Spiel der Macht und ich glaube, der zweite heißt Spiel der Ehre. Da müsste es jetzt hier der dritte sein, Spiel der Liebe. Und es ist eine Dystopie, soweit ich weiß. Und es hat auch normalerweise keine übernatürlichen Aspekte. Ich bin sehr gespannt drauf, aber mehr kann ich euch an dieser Stelle natürlich jetzt dazu dann auch nicht sagen. So, das geht auch ganz schnell. Und ja, im Zuge dessen, dass ich weitere Fortsetzungen gekauft habe, habe ich natürlich auch wieder als nächstes Buch eine Fortsetzung gekauft. Und zwar der fünfte Teil. Ich glaube, es ist der fünfte, ne? Ja, es ist der fünfte. Ich habe ihn auch vorgestellt in meinen Neuzugängen, äh, in meinen Neuerscheinungen natürlich. Der Dark Element Reihe. Der heißt Goldene Wut. Der ist jetzt noch so blöd eingepackt, deswegen keine Ahnung, ob der jetzt so spiegelt. Moment, ich packe ihn mal aus. Ähm, okay, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Also so sieht der aus. Hat so ein, weiß nicht, rosafarbenes, hässliches Cover. Also ich finde die Zieselierungen und die Schnörgel hier eigentlich gar nicht schlecht, aber die Farbe lässt zu wünschen übrig, zumindest für meinen Geschmack. Ähm, und das ist eine Fortsetzung, deswegen kann ich dazu auch noch nicht so viel sagen, aber am ersten Teil geht es auf jeden Fall um Trinity und um Zane. Ähm, es ist so eine Romantasy, ähm, Fantasy-Geschichte. Und wir haben, wie gesagt, ähm, Trinity, von der man nicht so wirklich weiß, wer oder was sie ist. Und Zane, ihr Gegenpart, ist auf jeden Fall ein Gargoyle, also ein Wächter. Der kann quasi seine Haut zu Stein versteinern, auch so Flügel aus seinem Rücken wachsen lassen. Und das kommt daher, weil er einen Teil Engelsblut in seiner Genetik hat, beziehungsweise halt er von einer Familie abstand, deren Blut mit Engelsblut vermischt wurde. Dadurch haben die diese Kräfte und deren Aufgabe ist es quasi, die Menschheit vor den übernatürlichen Bösen zu schützen, also vor allerlei Dämonen. Das sind quasi Dämonenjäger. Und äh, als es dann irgendwann dazu kommt, dass für Trinity eine neue Unterkunft gesucht wird, denn in der alten kann sie nicht bleiben. Warum, weiß man natürlich am Anfang noch nicht. Erklärt sich der Vater von Zane bereit, sie in sein Haus aufzunehmen, weil er der Anführer einer der Wächtergruppen ist. Und es kommt, wie es kommen muss. Natürlich treffen Zane und Trinity aufeinander. Und Trinity hat, wie gesagt, ganz besondere Kräfte und spielt eine ganz besondere Rolle in diesem Universum. Und was das ist und, ähm, warum es so wichtig ist, Trinity vor der Außenwelt und vor der Entdeckung ihrer wahren Identität zu schützen. Darum geht es dann vor allem im ersten und im zweiten Band. Ich glaube, das ist hier, nee, das ist der zweite der Trilogie. Also wie gesagt, es ist ja der fünfte Band der Reihe. Aber man muss sagen, die ersten drei Teile bilden eine Trilogie und die nächsten drei Teile bilden eine Trilogie. Das heißt, ähm, ab Teil vier ändern sich die Perspektiven und auch die Hauptprotagonisten und die anderen Hauptprotagonisten aus der vorherigen Reihe sind nur noch Nebencharaktere. So. Das heißt, wir haben hier den zweiten Teil der zweiten Trilogie. Und ich glaube, dazu sage ich jetzt auch gar nicht mehr mehr. Ich freue mich die Ultra. Ich bin ein großer Jennifer L. Arm & Trout Fan. Ähm, und deswegen ist hier auch noch ein weiteres Buch von ihr dazu eingezogen. Aber dazu jetzt gleich mehr. Das nächste Buch, das von Jennifer L. Arm & Trout hier eingezogen ist, ist Redemption Nachtsturm. Und zwar sieht das so aus. Das ist auch wieder so ein Spiegelcover. Das ist immer so ein bisschen ungünstig. Genau, aber so. Ähm, und zwar ist es der, puh, keine Ahnung, achter Teil der Obsidian-Reihe. Aber nagelt mich bitte nicht auf die Zahl fest. Also so ungefähr. Ähm, wir haben also ein Band, über den ich nicht wirklich was sagen kann. Aber ich kann euch sagen, dass es hier genauso ist wie bei Dark Elements. Das heißt, wir haben eigentlich eine Reihe, die vier oder fünf Bände umfasst. Ich glaube, fünf Bände, in der es um andere Protagonisten geht. Und irgendwann werden halt Nebencharaktere aus der ersten Staffel zu Hauptcharakteren aus der zweiten Staffel. Und das ist eben hier der Fall. Wir haben, jetzt lasst mich mal kurz gucken. Wir haben hier den dritten Teil dieser zweiten Reihe, dieser zweiten Staffel. Insgesamt soll es da, glaube ich, auch fünf Bände geben. Und ich kann euch selbst über die Charaktere nicht viel sagen, weil das Problem hier ist, dass die selbst in der ersten Staffel dieser Obsidian-Reihe, ich glaube, erst ab Teil 3 oder so auftauchen. Oder ab Teil 2. Also Teil 2 oder Teil 3. Das heißt, wenn ihr mit der Reihe anfangen wollt, habt ihr noch überhaupt keine Ahnung, wer diese Person ist. Und auch wenn ich nur einen kleinen Einblick in den Anfang der zweiten Staffel geben würde, würde ich euch auch hardcore für das Ende der ersten Staffel spoilern. Deswegen an dieser Stelle lasse ich das jetzt komplett bleiben. Schaut euch auf jeden Fall mal den allerersten Teil an, wenn ihr euch für diese Reihe interessiert. Der heißt Obsidian. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, zum nächsten Buch. Der Abschluss dieses Videos bildet ein Buch, das wohl eines der hässlichsten in meinem Schrank ist. Also es gibt tatsächlich auch noch hässlichere, ja, keine Frage. Aber keine Ahnung, warum der Lux Verlag das manchmal macht. Manchmal macht er schöne Cover, manchmal macht er hässliche Cover. Ich rede von der Gestalt-Wandler-Reihe, die mittlerweile auch in die zweite Staffel geht. Und ich meine jetzt sogar in den 16. Band, wenn ich mich nicht täusche, lasst mich das kurz nachgucken. Ähm, ja, es ist exakt der 16. Band. Und zwar Age of Trinity, Ruf der Nacht. Age of Trinity ist, wie gesagt, der Untertitel der zweiten Staffel, die jetzt begonnen hat. Es gibt da auch keinen wahnsinnig großen Zeitsprung. Man kann die komplett hintereinander weglesen, ohne dass man das Gefühl hat, eigentlich ist so viel dazwischen. Aber man muss schon sagen, dass die den Schwerpunkt ein bisschen verändert hat. Also Manini Singh mit dieser Age of Trinity-Reihe. Und ich sage hässlich, weil was sollen diese nackten Männer auf irgendwelchen Covern? Ich finde es immer so brutal hässlich. Zumal ich auch fand, am Anfang gab es schon ein bisschen mehr Romance, so auch in diesen Büchern, in dieser Reihe. Ganz klar, der erste Teil dazu heißt übrigens Leopardenblut. Aber das hat so stark abgenommen, dass ich finde, die haben diese hässlichen Cover nicht mehr verdient. Die haben sich entwickelt, die ganze Reihe hat sich entwickelt, zu einer unfassbaren, tollen High-Fantasy-Geschichte mit sehr individuellen Spezies, die der Nandini Singh erschaffen hat. Die heißen zum Beispiel Mediale. Also es gibt natürlich Gestaltwandler, aber es gibt eben auch Mediale. Und das sind Wesen, menschenähnliche Wesen mit übernatürlichen Kräften, von denen ich bis dato noch nichts anderes gelesen habe. Also ich habe sowas noch nie in einem anderen Buch gesehen. Es ist auch keine Mischung aus Zwerg und Elf oder sonst irgendwas, sondern Mediale sind quasi Menschen, die sich irgendwann weiterentwickelt haben. Das heißt, sie haben Kräfte wie zum Beispiel Teleportation. Sie können Emotionen beeinflussen. Sie können reisen, also sich quasi von einem Ort an den anderen beamen. Oder sie können Gegenstände mittels ihrer Gedanken bewegen. Es gibt da relativ viele Kategorien und diese Einkategorisierung erfolgt eben mittels einer speziellen Zuordnung, die in relativ jungen Jahren erfolgt. Und da bekommt man auch auf einer Skala von 1 bis 10 immer eine Zahl zugeordnet. Zum Beispiel, man ist ein TP-Medialer, also ein Teleporter und, nee, ein Telepart, Entschuldigung, ein Telepart. Und wenn du da Kategorie 9 bist oder so, dann hast du schon sehr, sehr starke Kräfte. Wenn du aber nur eine 1 bist, hast du halt sehr, sehr schwach ausgeprägte telepathische Fähigkeiten. Und es gibt auch Visionäre, also Menschen, die in die Zukunft ziehen können. Manche können das nur ein paar Sekunden, manche können das Jahre. Und diese Menschen werden auch komplett in das gesamte gesellschaftliche Leben mit einbezogen. Also manche arbeiten im Wirtschaftssektor. M-Mediale, also medizinische Mediale, die sich mit dem Körper auskennen und ihn beeinflussen können, arbeiten in Krankenhäusern oder als Ärzte. Es ist wirklich total ausgeklügelt. Und gleichzeitig haben wir eben ein Dystopisches, Setting und ein unfassbares Konstrukt, das ich an dieser Stelle wahrscheinlich auch gar nicht so erklären kann oder bis morgen früh hier noch sitze, wenn ich versuche, es zu erklären. Denn diese Medialen sind zum Beispiel in einem geistigen Netzwerk, das aussieht wie das Weltall, also wie das Weltall voller Sterne, miteinander geistig vernetzt. Also Menschen sind quasi, oder Mediale sind quasi nicht allen Bewusstsein, aber sie können sich im Rahmen eines interaktiven Raumes sozusagen miteinander kommunizieren. Telepathisch, also nicht nur unbedingt telepathisch. Sie können auch Mauern um sich herum aufbauen, um zum Beispiel Geheimnisse in ihrem Verstand einzuschließen. Das ist wirklich, also wie gesagt, ich fange schon wieder an, es zu erklären, aber es ist sehr, sehr komplex und es hat mir immer sehr gut gefallen. Und deswegen finde ich auch das Interessante an der Reihe, dass sie sich halt wirklich stark gewandelt hat und so ausgebaut wurde, dass man die ganze Zeit dran bleibt und auch nicht, also ich zumindest nicht, nicht aufhören kann zu lesen. Wie gesagt, die Romance-Geschichte ist zwar auch noch in den weiteren Teilen, jetzt in Band 15 und so präsent, aber sie ist nicht mehr so präsent, wie es jetzt in den ersten Bänden der Fall war. Deswegen hatte das Cover es wirklich nicht verdient. Ich kann euch aber überhaupt nichts über den Inhalt sagen, weil jedes Wort spoilern würde für jeden anderen Teil, den es davor gab. Denn wie gesagt, wir haben ja mit der Age of Trinity-Reihe schon sowas wie einen großen Handlungsstrang, der abgeschlossen ist und jetzt eröffnet sich eben eine neue Problematik, eine große Hintergrundproblematik, wie bei mehreren Bänden bearbeitet wird, aus verschiedenen Perspektiven eben. Genau. Und es durfte einziehen, ich werde das auch bestimmt noch diesen Monat wegsuchen. Wie gesagt, ein paar Tage sind es ja noch. Das heißt, das Buch von Celia Rees und das ist hier ganz, ganz weit oben auf meiner Prioritätenliste, zumindest Status Quo. Ich mache, wie gesagt, keine Pläne, aber das ist zumindest jetzt gerade so der Fall. Ja, ich freue mich also darauf, es zu lesen und es wird auch alles weitere von Eva Mir, was sie so veröffentlicht, immer wieder einziehen. Gut, das war's dann. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt und hoffe natürlich auch an dieser Stelle, dass ich wenig Arbeit mit dem Schneiden und mit dem Ton haben werde und alles hat geklappt. Falls nicht, dann ist es halt so. Ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und Tschüss.